Muss ich Angst um meine volle EM-Rente haben, weil ich 2023 mehr dazu verdienen darf? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de und schon flattern die ersten Nachfragen besorgter EM-Rentner ein. Ich beziehe eine volle Rente wegen Erwerbsminderung. Bisher durfte ich anrechnungsfrei an die Rente 6.300 Euro im Jahr verdienen oder dazu verdienen. Die Rentenversicherung hat nie bei mir geprüft, ob ich wieder erwerbsfähig bin. Wenn ich ab Januar aber anrechnungsfrei die 17.252 Euro an meine volle EM-Rente dazu verdienen darf, wird da die Rentenversicherung nicht stutzig und prüft, dann nicht, ob ich nicht vielleicht doch erwerbsfähig bin? Diese Gefahr kann ich wirklich nicht ganz so teilen. Im Grundsatz gelten genau die Regelungen, die auch schon im Jahr 2022 gelten. Vollerwerbsgemindert ist man dann, wenn man nicht mehr als drei Stunden pro Tag, bezogen auf eine Fünf-Tage-Woche, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kann. Insoweit prüft die Rentenversicherung bei ihrem Einkommen von 6.300 Euro nicht, ob bei ihnen eventuell die volle Erwerbsminderung weggefallen ist. Voll. Auch wenn die Einkünfte über 6.300 Euro lagen, wir hatten solche Fälle, gab es im Normalfall keine Prüfung der Erwerbsfähigkeit, außer es hätte einen Anlass zur Überprüfung gegeben. Denn wenn Sie sich im Rahmen der Stundenvorgaben halten, also bis drei Stunden, ist auch bei einem höheren Verdienst alles in Ordnung. Der höhere Verdienst wird dann nur zu 40% an die EM-Rente angerechnet. So gilt es auf jeden Fall bis 2022. Und so würde es auch, wenn Sie jetzt mehr als 17.000 Euro verdienen, im Jahr 2023 gelten. Und die EM-Rente wird dann nicht mehr als volle EM-Rente gezahlt, sondern nur noch als Teilrente. Aber nicht zu verwechseln mit Rente wegen teilweise Erwerbsminderung, das ist was ganz anderes. Und aus meiner Sicht wird auch für das Jahr 2023 nichts anderes gelten, wenn die Hinzuverdienstgrenze ab 2023 bei einer vollen EM-Rente dann nicht mehr 6.300 Euro sind, sondern die besagten 17.252,50 Euro beträgt. Denn wenn Sie sich weiterhin an die Stundenvorgaben für eine volle EM-Rente halten und diese nicht überschreiten, wird die Rentenversicherung nicht ohne Anlass, so wird es auch im Jahr 2023 sein, die EM-Rente überprüfen. Denn der höhere Verdienst oder die höhere Hinzuverdienstgrenze, die ist ja vom Gesetzgeber gerade so gewollt. Das heißt also, er will ja, dass volle Erwerbsgeminderte bis zu 17.252 Euro anrechnungsfrei dazuverdienen dürfen. Und zwar innerhalb der gesetzlichen Stundenvorgaben. Und wenn der Gesetzgeber das so will, dann kann die Deutsche Rentenversicherung hier bei Ihnen nicht unterstellen, dass wenn Sie 17.252 Euro im Jahr 2023 dazuverdienen neben der vollen EM-Rente, dass Sie dann nicht mehr erwerbsgemindert sind oder bei Ihnen kein Fall der vollen Erwerbsminderung mehr vorliegt. Das geht so nicht. Insoweit wird aus meiner Sicht die Deutsche Rentenversicherung sich genauso verhalten, wie auch im Jahr 2022 grundsätzlich immer nur bei begründetem Anlass oder gegebenenfalls Verdacht oder wie auch immer, dass bei Ihnen eventuell die volle Erwerbsminderung nicht mehr vorliegen kann. Aber allein die Tatsache, dass Sie die 17.252 Euro im Jahr 2023 dazuverdienen, reicht nicht aus, um bei Ihnen oder Ihre volle Erwerbsminderungsrente wegzunehmen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.